Was geht ab und willkommen zurück zu einem erneuten Fortnite-Video von mir. Ja, ihr seht es schon, der Shop ist wieder am Start. Ich habe wieder mein PC zum Laufen gebracht, mehr oder weniger. Leider funktioniert die Grafikkarte immer noch nicht. Deswegen Leute, wenn ihr mich supporten wollt, meta-8 im Gegensatzshop eingeben, damit ich mir in Zukunft wieder eine neue Grafikkarte kaufen kann. Nichtsdestotrotz gucken wir uns gleich mal den Itemshop an. Ich bin mal mega gespannt, was wir so erwarten können. Denn ich bin der Meinung, wir kriegen auf jeden Fall wieder einige neue Sachen rein. Plus der, ja, der Riken-Expert-Skin ist immer noch im Shop, was mich natürlich sehr freut. Aber nichtsdestotrotz haben wir hier ein neues Emote bekommen, und zwar Twist. Das geht auf die Hüften, wurde in Season 5 eingeführt. 500 V-Bucks, ja, kann man machen, muss man jetzt nicht, ist jetzt nichts Weltbewegendes, muss man dazu sagen. Dann Klappe, die 14. haben wir hier nochmal im Shop bekommen. Ja, kann man auch mal natürlich machen, ist auch sehr entspannt. Das ist ein 200 V-Bucks-Emote und ist jetzt nicht die Welt. Dann gucken wir direkt mal weiter. Tanzspagat, auch sehr nice und sehr witzig. Also sieht cool aus, hat etwas auf jeden Fall. Und wer 500 V-Bucks übrig hat, der kann sich das natürlich gönnen. Wenn ihr noch V-Bucks braucht, dann unten in der Videobeschreibung habe ich euch Xbox und PSN-Karten verlinkt. Könnt ihr bis zu 5 Euro sparen und mich damit unterstützen. Wir gucken aber direkt mal weiter. Und zwar haben wir hier den WorldSkin. Ihr seht schon, im Besitz habe ich schon sehr, sehr lange, seitdem er rausgekommen ist. Ich fand den wirklich sehr cool und für den Preis kann man wirklich nicht, kann man sich wirklich nicht beschweren. 800 V-Bucks, also zuschlagen. Dann haben wir den Cloaked Shadow Skin für 1500 V-Bucks mit den Schattenschwingen als Rückenaccessoire. Habe ich, wie gesagt, auch gefeiert. Musste ich es aber nicht unbedingt haben, muss ich dazu sagen. Ich finde ihn trotzdem sehr, sehr krank für die Leute, die das möchten. Die Schattenschwingen sind sehr, sehr nice, aber nur dafür den Skin zu kaufen ist ein bisschen too much. Shadow Rebell ist immer noch im Shop als hier Standard. Dann ohne Schutzbrille, mit Maske und einmal Ghost oder Shadow. Sehr, sehr cool. Dann haben wir nochmal Sprengradius hier, also die Rückenaccessoires. Einmal in der Shadow Variante und einmal in der Ghost Variante. Und was wir natürlich noch haben, also für 1500 V-Bucks, definitiv gönnen. Dann haben wir natürlich noch den Recon Expert Skin hier in der OG Variante für 1200 V-Bucks. Dann nochmal ein Stil ohne Kopfbedeckung. Supportet mich gerne. Gebt meinen Creator Code Meta-8 ein und gönnt euch diesen Skin. Ich werde es mir heute auf jeden Fall auch noch holen. Ich habe es nämlich gestern vergessen und ich habe Glück gehabt, dass er noch im Shop war. Dann haben wir den großen Schluckus für 1500 V-Bucks mit dem Schlürftrack als Rückenaccessoire. Auch sehr nice. Dann passend dazu natürlich nochmal den Doppelzapfer, der auch wirklich episch ist. Ich finde es sehr cool und für 1200 V-Bucks kann man sich den ebenfalls gönnen. Und Schlürft für 300 V-Bucks. Ja, eher jetzt nicht so cool. Also ich finde es nicht so heftig, weil die nicht reaktiv ist. Nichtsdestotrotz, oder animiert besser gesagt. Nichtsdestotrotz, wer Lust drauf hat. Es passt auf jeden Fall zum Set. Und Finsterbomber für 1200 V-Bucks mit dem Tasche der Finsternis Rückenaccessoire. Und Donnerros, was ich ja ebenfalls im Besitz habe, für 1200 V-Bucks. Es ist reaktiv und sehr, sehr nice. Glüh für der Dunkelheit habe ich auch nochmal für 500 V-Bucks. Gefällt mir auch sehr gut und mag ich auch. Und das war es auch tatsächlich schon mit dem Gegenstandshop. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne mal ein Like. Und natürlich auch ein Abo da lassen, die Glocke aktivieren. Und meinen Creator-Code META-8 im Gegenstandshop eingeben. Und wie gesagt, wenn ihr noch V-Bucks braucht, unten in der V-Bucks habe ich euch Xbox und PC-Karten verlinkt. Könnt ihr bis zu 5 Euro sparen und mich damit noch unterstützen. Und wenn ihr in Zukunft nichts mehr von mir verpassen wollt, Leute, checkt doch mein Instagram aus. Da heiße ich META-8YT. Da seid ihr mal auf dem neuesten Stand, falls mal wieder etwas passieren sollte mit meinem PC oder mit mir. Deswegen definitiv da mal ein Abo reinlassen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.